Wir haben uns heute als Dankeschön einfach eine Silvesterparty ausgedacht, also eine Benefizveranstaltung. Reinerlös geht an ein bedürftiges Kind aus dem Bezirk. Daher die Spendenbox. Jeder soll einfach das reinschmeißen, was ihm der heutige Abend wert ist. Mein Kulinarisches ist immer, ich glaube viele kennen schon mein Buffet und ich freue mich schon über die Leute, die sie genießen heute am Abend mit einem kalten Buffet, einem warmen Buffet. Carlo und seine Frau haben einfach das Beste aus den letzten 25 Jahren gemacht und sind heute für mich einer der Top-Unternehmer im Völkermarkt, weil da an dieser Familie sieht man, was Freies bewirken kann. Und ich nehme für mich in Anspruch, dass ich ein bisschen ein Geburtshelfer war damals, weil wir waren damals in Geschäftsverbindung und das hat sich schön langsam dann aufgebaut. Und sie war 24 Jahre alt, wo ich eine Entscheidung getroffen habe für mich selber. Ich wollte selbstständig werden und da habe ich sie das gefragt und meiner Frau in dem Moment hat sie gesagt, ich bin verrückt. Verrückt warum, warum unsere Finanzielle sagen, weil er komplett im Boden, komplett im Boden und sie sagt zu mir, warum, wie kannst du eine Pizzeria machen? Ich hatte die Kaloccia, wusste, dann haben wir es gesehen und dann beruhigte, okay, das ist eine Blankokritik gewesen, das weiß ja jeder, was das ist, aber das hat sich gerechtfertigt. Grazie mille, Papa e Mama, das sind wir uns in Auschwitz, für Valentina, für uns in Auschwitz, für uns in Auschwitz, für uns in Auschwitz. Tanti bellen Auguri und grazie a mio figlio Carlo Sigiliano. Bardzo bravo, 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 marita und moine, tanti bellen Auguri. Salute, Signore, tutti und zwei. Sono la sorella di Carlo, le auguro veramente tanto, tanto in bocca al lupo, ancora, per tanti anni, siamo felici di essere qui in Austria, grazie a lui, miei genitori si trovano. Qui è un grande in bocca al lupo, per le cose belle che mio fratello ha fatto e che farà e che darà anche agli altri. Grazie. Also ich bin einmal total stolz, so einen Betrieb bei mir da in Völkermark zu haben. Er hat ja heuer auch eine Auszeichnung erhalten und ich glaube, es ist ein ganz tolles Fest, wo er das auch noch einmal wirklich so großartig feiern kann. Und allein den Aufwand, den er da hier betreibt für das Silvester, bin auch sehr froh, dass wirklich viele, viele Leute gekommen sind. Gäste kommen aus nah und fern und wir als Gemeinde können wirklich nur stolz sein, dass die Familie Calabro eben so viel Erfolg hat. Aber es ist auch sehr, sehr viel Einsatz und Herzblutz dabei und man kann gratulieren und nur wünschen, dass das auch in Zukunft so anhalten möge. Ich kann mich erinnern, wie vor 25 Jahren um 21 Uhr der Carlo diese Pizzeria neu eröffnet hat und heute spiele ich nach 25 Jahren wieder da. Aber es ist für mich eine riesengroße Ehre, da aufzutreten. Weitere 25 Jahre oder zumindest 35 Jahre sollten Sie schon machen und dann feiern wir ein doppelt so großes Fest. Ja, ich möchte der Familie Calabro wirklich alles Gute wünschen zu 25 Jahren. Es ist ja in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich, 25 Jahre erfolgreich zu sein, aber ich glaube, die Familie hat ja heute heuer schon eine wirklich große Auszeichnung bekommen als beste Pizzeria Kärntens. Für mich, habe ich den Carlo schon gesagt und der Gerte ist es die beste Pizzeria Österreichs. Ja, beim Carlo habe ich schon sehr viel geholfen, aber in der ersten Stunde bei der Eröffnung war ich da, das hat sehr lange gedauert. Ich habe mit seiner Mutter, mit der Nonna sehr lustige Sänge getrunken und sehr viel Wein getrunken. Es war sehr, sehr lustig und die 25 Jahre waren auch lustig. Ich fühle mich ziemlich gut, ich bin stolz. Und was wünschen wir jetzt einem? Alles Gute, Glückwunsch natürlich, ja freilich. Wie ist das Arbeiten hier? Sehr, es macht sehr viel Spaß. Gutes Betriebsgut. In der Jena macht es wirklich sehr viel Spaß zu arbeiten, ja. Was geht denn am meisten? Bitte? Was geht denn am meisten? Getränke, Pizza? Die Pizza würde ich sagen. Welche denn? Die Sizilianische Pizza, die Carlo Pizza. Ich freue mich, dass ich seit Anja da dabei bin. Das taugt mir sehr gut. Die Chefleiter kann man sich nichts besser als das Frühstück. Und ja, auch viele weitere Jahre. Mein Chef ist Nummer eins, mein Chef auch. Und ich bin da wirklich sehr, sehr gut, sehr glücklich und alles. Ich bin mit dem Spaß hier in Austria. Ich bin sehr gut. Die Leute sind gut und perfekt. Ich bin sehr gut, ich arbeite hier und ich bin sehr gut. Und ich bin sehr, sehr gut, danke. Ich bin sehr gut. Ich bin sehr gut, Frau ist meine Frage. Ich wünsche mir die Zunappenstelle Joe Slech. Ich wünsche dir die Zunappenstelle Jungen und die Zunappenstelle stabilisieren, die die Zunappenstelle sehr gut gestern. Ich wünsche dir die Zunappenstelle Jungen. Christian, noch zu。」 Wir sind direkt aus der Sicilien für dieses zweites Ereignion und dieses wiederzuhlungsgeist einem auch unseren Ristoranten Lieblingswo haben. Wir sind glücklich, dass wir die ganze Straße gemacht haben, um zu sein, zu sein, zu sein, zu sein, zu sein, zu seiner Familie und zu seiner großen Aktivität. Auch jeder. Caprichosa. Na. Na. Spaghetti mit Meeresfrüchten. Du stehst auf Nudeln. Ja, voll. Wir sind so stolz auf euch. 25 Jahre. Pizzeria Don Carlo. 25 Jahre. Wirklich beinharte Arbeit von euch. Top Gastronomen. Danke, dass ihr da seid. Danke, dass ihr gekommen seid. Wir haben euch voll lieb. Und das ist einfach eine Familie, die einfach nur toll ist, gut ist und wirklich etwas macht. Wirklich eine schöne Familie. Ja, wir wünschen mir meine Zukunft, ich mit meiner Frau, eine super Gesundheit. Nur gesund. Erfolg haben wir schon 25 Jahre gehabt. Ich glaube, wir wünschen beide noch immer, diesen Erfolg zu bekommen. Wir tun noch ganz gerne Arbeit. Und mehr ist nichts da. Das Schönste ist nur gesund. Und das sind unsere Wünsche. Und am Ende wünsche ich mir eigentlich, dass alles so bleibt, wie es ist. Weil ich mit meinem Mann bin einfach super, super glücklich. Ich habe es heute schon einmal gesagt, mein bester Freund, mein Lebensmensch und mein Ehemann. Und das ist mein Lotto Sechser, er und meine Kinder. Ich wohne mit meinem Mann mit dem Menschen Show. Vielen Dank.